So, ihr seht schon, der Moritz hat wieder zugeschlagen, alias Barbossa09, an der Stelle erstmal danke dafür, ihr seht es gerade, ich bin gerade im Livestream, wir sind gerade die Custom Games am machen und Hans ist mich am besten am veräppeln, YouTube, YouTube, nein ist für YouTube, so und ihr wisst ja, ich supporte immer die Leute, die mich supporten, indem sie mir einfach was schenken, dadurch bekommt ihr euer eigenes Video, denkt dran, oben rechts in der Infobox werde ich den Kanal verlinken und natürlich nochmal in der Videobeschreibung, ich habe nur gerade keine Ahnung, was es sein kann, weil ich wieder mal keine Ahnung habe, was im Shop ist, also Travis Scott kann es nicht sein, den habe ich selber und ist nicht im Shop, der Mythos lebt weiter, aber ich würde sagen, wir warten nicht zu lange und in dem Sinne, wir öffnen in 3, 2, 1. Der blutrote Speer, ein schöner Skin für das rote Team, also auf jeden Fall Moritz, vielen, vielen Dank für den Support und für die ganzen anderen Geschenke, ich weiß nicht wie viele Geschenke das jetzt waren, insgesamt schon 13, 14, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für den ganzen Support und natürlich auch an alle, die jetzt gerade im Livestream sind, die bei den Custom Games machen, alle die fleißig kommentieren, dann vergesst nicht im Video ein Like da zu lassen, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne natürlich auch ein Abo da lassen und in dem Sinne mache ich jetzt erstmal weiter mit den Custom Games und haut rein!